Dann wieder lösen, jetzt drücken wir mit den Ellbogen nach außen, jetzt drücken zusätzlich mit den Knien noch gegen die Ellbogen nach innen, dann löst du die Spannung wieder und drückst passiv die Knie nach außen mit den Ellbogen nach außen und stehend, jetzt steigen wir nochmal weg, da haben wir noch einen Unterschied, 10 cm.